Axel, bitte kommen. Ja, ja. Bitte kommen. Mann, du hast mich richtig zum Schwitzen gebracht, Axel. Pause. Test, test, test. Hört man das auch später. Das ist Murks. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nee, ich bin hier im Bild und nehme das weg. Und das ist nicht zentriert. Stellt dich das, wenn du hier im Bild bist? Ja, das ist gar nicht so. Nicht so komplizierte Fragen, gell? Ich finde, das ist wirklich eine schwere Frage. Einfach eine rein offene Frage. Ich dachte, du willst das Technische. Ich habe echt überlegt. Nee, ich habe gedacht, es ist ein Reimspiel gewesen. Nein, ich verstanden. Okay. Geil. Aber man kann ja alles rausschneiden. Ich kann ja auch sagen, sorry, ich habe keine Ahnung gerade. Ja, war nicht zu schnell. Also was machen wir jetzt? Ich steige ein bei dem Pferd. Ja. Das müssen wir uns für eins entscheiden, weil wir haben nämlich genau die Mitte der Reise. Welche Linien hat Archimede eigentlich überhaupt so im Überblick? Familien. Familien. Ja, Linien, Familien. Familien, gut. Ja. Also, Familien. Oder, wie war die Frage? Die größten Veränderungen in den letzten fünf Jahren. Müssen wir nochmal kurz stoppen? Ja, kein Thema. Nee, stopp, nochmal. Vergiss. Nochmal, bitte. Wir können mal einen Cut machen. Ja, machen wir mal einen Cut, bitte. Machen wir mal einen Cut, bitte. Ähm. 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 Also, ähm. Und, ähm. 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 Dann, wie ich ja vorhin schon erwähnt hatte, ich habe eine Tochter bekommen, die ist jetzt dann drei. Sprich, äh, konnte ich natürlich, ähm, ähm, sorry. Entschuldigung. Hört man, hört man nicht, kann man drüber sprechen. Ah, jetzt sieht man mich, wie ich das jetzt so gesagt habe. Ja, ähm, ist interessant? Nee, witzig, ist interessant, ja? Habe es gerade mit jemandem gehabt? Eine Endkundenmesse B2C. 20, 22, 23, 24, 25. Ja, ha, ha, ha. Ich glaube, es war fertig. Och. Ach, ich bin so ein Blöder. Ach so, so? Ja. Total. Ich glaube, es war deutsch, aber. Zehn Sekunden. Weiß ich. Nein, natürlich. Also, das wäre ein... Ach, ich bin so ein Honk. Ich bin so ein Honk.